Was ist die Prämisse von Open Access? Dass es kritisiert werden kann und dass es vor allen Dingen weiterverwendet werden kann. Der berühmte Wissenschaftssoziologe Robert Merton hat mal gesagt, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Das Umgekehrte ist wahrscheinlich auch richtig, dass die Riesen auf den Schultern von Zwergen stehen. Das heißt, dass man immer wieder auf neuen Wissen aufbaut und das setzt voraus, dass dieses Wissen auch frei zugänglich ist. In der alten Papierwelt mit den physischen Bibliotheken war das gewisserweise ein Problem, weil nicht alle Bibliotheken alles Wissen halten konnten, weil man in diese Bibliothek gehen musste, weil viele Sachen nicht mehr auffindbar waren etc. Das hat sich mit dem Internet zumindest vereinfacht. Und da setzt die Idee des Open Access eigentlich an, dass man über das Internet Publikationen, Forschungsdaten für alle, die zumindest einen Internetanschluss haben, frei zugänglich macht. Das ist das Grundprinzip. Hinter dem Grundprinzip stecken aber noch einige sehr komplizierte Details. Da geht es nicht nur darum, dass man Wissen frei zugänglich macht, da geht es auch darum, dass die Autoren dieses Wissens, die Wissenschaftlerinnen, das Copyright an ihren Publikationen oder Daten halten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen, warum das so ist. Dass die, die dieses Wissen weiterverwenden wollen, andere Wissenschaftler oder Leute aus der breiteren Öffentlichkeit, dass die auch ein Recht zur Weiterverwendung haben, ohne jemanden fragen zu müssen, solange sie die guten Regeln der wissenschaftlichen Praxis, das heißt Zitierregeln einhalten, dass sie das können. Und das heißt im Zeitpunkt des Internets, dass diese elektronischen Formate auch bestimmten Standards entsprechen müssen. Das müssen Metadatenpflege gemacht werden, die Formate müssen maschinenlesbar sein, weil erst dann entwickelt sich die Potenziale im Internet, auf der technischen Seite vor allen Dingen, dass Wissen dann miteinander vernetzt werden kann, dass es durchsucht werden kann, dass es besser gefiltert werden kann. Niemand, auch in der kleinsten Wissenschaftsdisziplin, kann heute noch einen Überblick über die ganze Literatur seiner Disziplin haben oder ihrer Disziplin, sondern ist auf Filtersysteme angewiesen. Früher waren es halt Zettelkästen, Bibliotheken, heute sind Suchmaschinen wissenschaftlicher oder ganz normaler Art wie bei Google. Für die Wissenschaft selbst hat es natürlich auch einen großen Vorteil, weil man die Perzeption weitaus breiter sein kann, als es bisher war. Wenn alle Zugriff haben, kann man auch mehr gelesen werden, kann mehr zitiert werden. Auch die Transformationsmöglichkeiten in die Gesellschaft hinein werden breiter. Es gibt ja viele Berufe, die sehr wissenschaftsnah sind, da muss man jetzt nicht nur an Technik oder Ärzte denken, da kann man an Journalisten, an Lehrer etc., an Leute aus der Politik, interessierte Laien denken, die jetzt auf einmal die Möglichkeit haben, Wissen von zu Hause, auf Wissen von zu Hause Zugriff zu haben, nicht angewiesen zu sein, dass die Bibliotheken dieses Wissen sich überhaupt noch anschaffen können. Das hört sich jetzt alles auf den ersten Blick, glaube ich, sehr plausibel an und man wird sich fragen, warum funktioniert das noch nicht so perfekt. Es funktioniert in einigen Bereichen, darauf komme ich nachher noch, aber welche Schranken gibt es da? Und die wichtigste Schranke ist, wie Bill Clinton mal gesagt hat, it's the economy stupid, das sind im Moment die ökonomischen Verhältnisse. Das Wissenschaftssystem hat sich in den letzten Jahren entwickelt oder wird in den letzten Jahren sehr stark dominiert von kommerziell orientierten Verlagen. Also bei den Zeitschriften kann man sich, wird man, wird der Wissenschaftsmarkt wahrscheinlich von drei, vier großen Verlagen dominiert. Die Namen fallen öfter mal, Elsevier, Springer, Taylor & Francis und Wiley & Blackwell, das sind multinationale Konzerne, die Elsevier beispielsweise 2500 Zeitschriften besitzt und die anderen etwa auch in der Dimension und damit einen großen Einfluss haben auf die Marktgestaltung. Der Begriff Markt ist in dem Fall sogar ein bisschen euphemistisch, weil es eigentlich gar keinen Markt gibt. Und wissenschaftliche Publikationen, eine Zeitschrift und selbst ein Artikel bilden eigentlich, jeder einzelne Artikel bildet eine Art von Monopol. Sie können, wenn Sie heute wissenschaftlich forschen wollen, nicht sagen, diesen Artikel ignoriere ich, weil ich ihn mir nicht leisten kann oder weil er meine Bibliothek nicht hat und ich lese dafür einen anderen Artikel, wie es beim Autokauf wäre, sondern Sie müssen unbedingt, wenn der Artikel wichtig ist, dann müssen Sie den lesen und wahrnehmen, weil Ihr Wissen darauf aufbaut. Und diese Situation nutzen die Verlage natürlich aus, das ist auch Ihr Geschäft, das ist auch nicht kritisierbar, dass Sie das tun und Sie tun das in dem Sinne, dass Sie Bibliotheken große Bündel an Zeitschriften verkaufen und die Bibliotheken auf sehr wichtige Zeitschriften angewiesen sind, die Verlage Ihnen diese Zeitschriften aber nur relativ kostengünstig verkaufen, wenn Sie dazu noch andere Zeitschriften mit einkaufen, die Sie gar nicht haben wollen oder gar nicht brauchen und die auch gar nicht genutzt werden. Das nennt man umgangssprachlich the big deal. Also sozusagen die großen Verlage haben Möglichkeiten, an die Bibliotheken große Pakete zu verkaufen und können darüber auch die Preise bestimmen, die in den letzten Jahren exorbitant zugenommen haben. Was hinzukommt, und das ist ein wichtiger politischer Aspekt, auf den ich nachher noch zurückkommen werde, die Verlage bestehen dabei auf einer sogenannten Non-Disclosure Clause, wie sagt man Deutsch, Verschwiegenheitsregel. Das heißt, die Preise, die die Verlage, zum Beispiel der Verlag Elsevier oder Springer, an die Bibliothek Wien oder Innsbruck verkauft, sind nicht bekannt. Es gibt jetzt einige Entwicklungen in den USA, die über ein Freedom of Information Act dafür sorgen, dass solche Preise auch bekannt werden und über die Bekanntheit von Preisen entsteht natürlich auch ein gewisser Vergleich und Wettbewerb. In Europa ist es aber in der Regel so, dass die Bibliotheken es nicht veröffentlichen dürfen, weil sie diese Geheimhaltungsklauseln unterschreiben müssen. Ansonsten würden die Verlage das an sie nicht verkaufen. Das hat über die letzten Jahre enormen Kostendruck auch auf die Bibliotheken ausgelöst, weil die Wissenschaftler natürlich alle möglichen Zeitschriften haben wollen und die Belastungsgrenze für viele Bibliotheken ist erreicht. Ein zweiter Aspekt ist, das kennt man ja auch aus der Debatte um die großen Informationsanbieter wie Google, dass diese Verlage natürlich auch einen großen Einfluss auf die Kontrolle, auf die zukünftige Kontrolle von Daten haben. wissenschaftliche Daten, die im Wesentlichen mit öffentlichen Mitteln erzeugt wurden. Da muss man nochmal vielleicht sich anschauen, wie so ein wissenschaftlicher Publikationsprozess läuft. Eine Wissenschaftlerin publiziert einen Artikel, ist meistens öffentlich finanziert, entweder durch eine Universitätsstelle oder durch Drittmittel, die auch öffentlich finanziert sind. schreibt diesen Artikel, reicht den bei einem Verlag ein. Der Verlag begutachtet diesen Artikel, begutachten tun andere Wissenschaftler, die wiederum auch öffentlich finanziert sind. Die Wissenschaftler bekommen für ihre Begutachtung nichts von den Verlagen und dann wird der Artikel veröffentlicht und auch die Autoren bei der Veröffentlichung bekommen in der Regel nichts für ihre Publikationen. Das heißt, der Verlag an sich hat relativ geringe Kosten und kann es dann zu sehr hohen Kosten wiederum an die Bibliotheken verkaufen. Das jetzt so zum großen Zeitschriftenmarkt, auch beim Buchmarkt, das betrifft ja vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften, läuft es im kontinentaleuropäischen Bereich nicht so viel anders. Zwar haben wir da nicht diese riesen multinationalen Konzerne, aber dann haben wir dann kleine mittelständische Buchverlage, wo, wenn jemand schon mal veröffentlicht hat, ein wissenschaftliches Buch, wo man dann, wenn man publiziert werden will, das heißt gedruckt werden will, in der Regel Druckkosten leisten muss, obwohl der Verlag selbst zu der Qualitätskontrolle dieser Publikationen nicht viel beiträgt und die Kosten können bis 10, 20, manchmal sogar mehr Tausende Euro gehen, die da ein einzelner Wissenschaftler leisten muss. In der Regel wird die Person das nicht selbst zahlen, sondern wird das wiederum aus Forschungsmitteln finanzieren. Also auch beim akademischen Buchmarkt haben wir ähnliche Probleme. Wie sieht die Situation im Moment in Österreich aus? In der Ankündigung dieser Veranstaltung wurde gesagt, in Österreich steckt die Open Access-Bewegung noch in Kinderschuhen. Gut, ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen für den FEF, das nehmen wir für uns nicht in Anspruch. Wir haben zwar keine Sieben-Meilen-Stiefel, aber zumindest Gummistiefel. Also will heißen, wir haben in den letzten Jahren Da passt eine Menge rein. Wir haben in den letzten Jahren doch versucht, einiges zu tun. So Knackpunkt der Bewegung war die sogenannte Berliner Erklärung. Die hat 2003, im Oktober, wurde die von den großen Forschungsförderinstitutionen wie Max-Planck-Gesellschaft, CRNRS, einen englischen Forschungsfonds initiiert und der FEF war damals einer der ersten Unterzeichner. Und danach ist auch eine ganze Menge auch auf einem persönlichen Einsatz von FEF-Präsidenten einiges passiert. Mittlerweile kann man es so zusammenfassen, dass wir wahrscheinlich mit dem Welcome Trust, das ist einer der größten Wissenschaftscharities der Welt, die höchsten Ausgaben, gemessen an unserem Budget, was bescheiden ist, aber die höchsten Ausgaben für Open Access haben. Also nur ein paar Beispiele zu nennen und danach gehe ich auch gleich auf die Rest der Situation in Österreich ein. Wir waren einer der ersten, die erste nicht angelsächsische Organisation, die sich am PubMed Central beteiligt hat. PubMed Central ist genau das, wo eigentlich Open Access hin soll. Das ist eine Datenbank für Publikationen in den Life Sciences, mittlerweile dreieinhalb Millionen frei zugänglich und alle unsere von uns geförderten Projekte legen dort ihre Publikationen frei zugänglich ab. Wir haben in den Geisteswissenschaften eines der ersten Open Access-Modelle für Bücher geschaffen und dafür auch ein sogenanntes Repositorium, also ein Datenarchiv angelegt. Das ist die sogenannte FAF E-Book Library. Da sind jetzt über 250 Bücher archiviert. Da kommen so im Schnitt jedes Jahr 60 hinzu. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften haben wir letztes Jahr auch acht Open Access-Zeitschriften gefördert nach einer Ausschreibung. Wir haben auch etwas relativ Einmaliges in sehr enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bibliotheken-Konsortium geschafft, nämlich ein Übergangsmodell von den sogenannten Subskriptionszeitschriften zu Open Access, die für Österreich als Land kostenneutral funktioniert. Das ist bisher immer noch ein großes Problem. Über Details kann ich vielleicht in der Diskussion was zu sagen. Letztlich, im Moment ist es so, das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, warum, kann ich im Detail nachher auch noch erläutern, gehen wir davon aus, dass etwa 60 bis 65 Prozent der von uns geförderten Publikationen Open Access sind. Aber darüber hinaus hat sich in Österreich auch eine ganze Menge in den letzten Jahren getan. Es gibt viele Institutionen, die haben eine explizite Policy, also die empfehlen oder verpflichten sogar ihre Wissenschaftler, das stark zu unterstützen. Das ist die Uni Graz, das IST Austria, die Uni Wien, die ÖRW und auch die Universitätenkonferenz, obwohl die natürlich keine Forschungsinstitution im engeren Sinn, sondern auch Verband ist. Wir haben gerade eine Initiative, die sogenannte E-Infrastructures Austria, das wurde vom Ministerium finanziert, wo sich die Forschungsstätten die technische Infrastruktur sozusagen gemeinsam aufbauen, also das heißt Archive, Repositorium, damit digitalisate Publikationen, Forschungsdaten auch von den Wissenschaftlern archiviert werden können. Das ist immer noch ein großes Problem. Das haben im Moment nur wenige Forschungsstätten in Österreich. Und wir haben gemeinsam, also in dem Fall die Unico und der FEF, eine Plattform gegründet, die heißt Open Access Network Austria. Darunter versammeln sich etwa 45 Institutionen, die erstmal einen Informationsaustausch angefangen hat und jetzt auch spezifisch schon fünf Arbeitsgruppen eingereicht hat, die am Ende des Jahres konkrete Empfehlungen an die Forschungsstätten aussprechen sollen. Da geht es zum Beispiel darum, wie man eine Open Access Policy an einer Forschungsinstitution formuliert. Da geht es darum, wie man Open Access zukünftig finanziert, welche rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen wichtig sind, welche Publikationsmodelle. Also da geht es um die Frage, wie Forschungsstätten wieder selbst auch in Konkurrenz zu diesen großen kommerziellen Verlagen als Anbieter von Publikationen, von Zeitschriften, von Büchern aktiv werden können. Und da geht es um den Aspekt, der natürlich enorm wichtig ist, wie man aktiver Wissenschaftler in diesen ganzen Prozesse oder Wissenschaftlerinnen einbinden kann. Ich will damit schließen, da wir ja sozusagen im politischen Kontext hier sind und wir eine Arbeitsgruppe haben, die sich mit dem Aspekt Politik und Recht beschäftigt, was aus unserer Sicht so als Zwischenergebnis wichtig wäre, wo wir politische Unterstützung brauchen könnten in diesem Umfeld. Das ist erstens, und das ist wohl gerade in Begutachtung, Wissenschaft im Urheberrecht stärker zu verankern. Da geht es um das sogenannte Zweitveröffentlichungsrecht, das ist das Recht von Wissenschaftlerinnen, wenn sie einen Artikel auch in einer traditionellen Subskriptionszertschrift veröffentlicht haben, dennoch das Recht haben, es nach einer bestimmten Embargozeit dennoch freizugänglich zu archivieren. Diese Regeln gibt es beispielsweise vielleicht am vorbildlichsten in den USA, wo es eine gesetzliche Regelung gibt, dass man das nach zwölf Monaten darf und sogar muss. Die zweite Sache wäre, ich hatte vorhin geredet von diesen Non-Disclosure Clause, also dass ein Problem des Marktes ist, dass die Preise, die die Verlage von den Bibliotheken nehmen, nicht bekannt sind. Auch hier wäre es wahrscheinlich in der Zukunft angemessen, rechtliche Regelungen zu schaffen, die das Verlagen nicht mehr bestatten oder zumindest wo die Preise von den Bibliotheken auf Nachfrage bekannt gegeben werden können, damit auch der Preis am Markt transparent ist und dadurch auch mehr Wettbewerb entsteht. Und letztlich, und das ist ein finanzieller Aspekt, wenn die Forschungsstätten wieder aktiver, was sie ja früher selbst waren, viel aktiver im Publikationsmarkt aktiv werden sollen. Also, als non-kommerzieller Anbieter für Wissenschaftlerinnen Zeitschriften halten oder Bücher herausgeben sollen, dann bedarf das natürlich gewisser finanzieller Anreize, die aus der Politik kommen müssen. Denn beides zusammen wird nicht gehen, die Subskription weiterhin anzuschaffen und zusätzlich viel in Open Access zu investieren. Da müssen zumindest in der Übergangsphase zusätzliche Mittel auch an die Universitäten fließen. Man könnte sich vorstellen, dass man sowas wie eine Austrian University Press gründet oder solche Arten von virtuellen Modellen zwischen den Universitäten. Und mit diesem Punkt will ich jetzt vorerst auch schließen und kann nachher gerne noch auf Nachfrage, auf Details eingehen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Daraus ergeben sich natürlich noch sehr viele Fragen.